sagst du denn zu dem spiel habe gar nichts gesehen heute ich habe mich bei dem spiel genauso gefühlt wie das stadion nach dem abpfiff ich wusste nicht soll ich jetzt mich freuen soll ich jetzt pfeifen soll ich keine ahnung man hätte chance in der ersten halbzeit nutzen müssen ja vorne war irgendwie keine vorne kam es mir sehr ideenlos rüber in dem spiel möglichkeiten waren da aber die abschlüsse waren halt irgendwie nicht gut bis auf das ding von owian alles andere war irgendwie entweder zu zentral zu schlampig abgenommen ball nicht richtig getroffen ein zweimal zu egoistisch vorne den freien mann nicht gesehen oder den besser positionierten aber karl zu hat halt auch seine chancen gehabt so wenn er nüchtern dran gehst unentschieden muss er halt muss er halt mit leben so ich weiß halt nicht ob ich mich über das ergebnis freuen soll oder ob ich sagen soll boah ist zu wenig das kann ich euch tatsächlich nicht sagen weil ich mich genauso gefühlt habe wie die leute im stadion nach dem abpfiff da war ja auch gefühlt totenstille die ersten minuten genauso habe ich mich ja auch gefühlt ich wusste nicht wie ich dann einordnen soll das spiel aber keine mannschaft hat ja natürlich nicht aber bei schalke zählt gerade jeder punkt osnabrück hat gewonnen braunschweig hat 5 0 gewonnen die alle schon als sicheren abstiegskandidaten gesehen haben die schießen gerade gefühlt alles ab das willst du machen schalke in der auswärts tabelle jetzt letzter das wird eine ganz enge kiste ja heim gewinnst du nicht so kannst du jetzt auch so sehen das wird bis zum ende ende der ende der liga wird das wirst du glaube ich keine zeit haben um durchzuatmen oder um dich mal ein bisschen zurückzulehnen das wird nicht funktionieren die die stimmung die die jetzt hast wirst du bis saison ende haben glaube ich gegen sogar im rostock und lautern verloren ja aber osnabrück braunschweig gewalt ich meine für osnabrück wird es trotzdem eng glaube ich die sind immer noch sieben punkte weg ne die haben glaube ich auch zu spät angefangen da steht jetzt hier wir wollen aufsteigen und ihr wollt nicht absteigen aber konkurrenz gewinnen wir wollen den punkt gut lag so viele teams mit dass man früher eine richtung erkennt ja ich für den außenstehenden ist der abstiegskampf in der zweiten liga glaube ich gerade ganz geil anzugucken aber wenn du aktiv mit deinem team da mit drin bist ist hat er weniger geil heute das glück gehabt dass müller wieder einen bomben tag erwischt hat ich glaube einmal kurz unsicher gewesen und selbst in der unsicherheit trotzdem noch souverän gewesen karlsruhe hat auch seine chancen gehabt das ist gerade alles super engler am ende musste froh sein ob du nicht verloren hast so das spiel jetzt auch nicht unentschieden gespielt weil den elfmeter nicht gekriegt hast oder sonst was du musst halt auch aus dem spiel heraus mal ein bisschen was bisschen was bieten und wie seine möglichkeiten waren mehr als genug da und wenn du daraus kein tor erzielen kannst dann wird es halt dann wird es halt schwierig egal gegen wen du spielst und auch maximal peinlich vor dem dortmund spiel noch ein interview tören drum dass die bayern da sein werden wenn leverkusen passt einfach nur pein was soll er denn sagen soll er vor dem spiel gegen dortmund sagen alter in dem duel der bundesliga yo ey glückwunsch an leverkusen schon vor dem spiel ich bin auch gar kein eball fan aber bro restprogramm ist halt auch nicht so geil für euch schalke schalke ist gerade egal gegen wen die spielen wenn wir gegen pauli gezeigt dass sie können wenn sie wollen spiel heute hättest du auch gewinnen können unmöglich war das jetzt nicht das ist halt dann irgendwo zu ideen los asan auch heute die minuten die der gespielt hat oder das war überhaupt nichts ich vermisse so ein bisschen den assern von anfang der saison der auch viele dribblings gegangen hat aber nicht bei jeder berührung sich hat fallen lassen so kannst halt in der zweiten liga da wirst kein blumentopf holen mit der ist so jung ja natürlich ist der jung klar aber mir geht es ja eher darum dass da wieder bayern leipzig und was weiß ich nicht was wer dran ist und dann siehst du heute dann so ein spiel da musst du dich halt auch fragen ob das alles immer so clever ist oder die jüngere spieler nicht mal erst mal ein bisschen zufrieden lässt aber ich glaube das werden wir sowieso nicht mehr erleben jetzt haben sie da das linke ei von ben manga geholt wenn manga aber nicht ich weiß nicht ob die jetzt gerade einfach nur alles positionieren für ihn und und er der letzte ist den sie dann announcen ob manga wartet ob abstieg oder liga verbleibt weil den typ den die da geholt haben der ist ja wohl so seine rechte hand ist die frage ich weiß halt nicht was die da was die da machen ich bin gespannt ob diese woche auch wieder einer gefeuert wird oder ob wir diese woche eine ruhigere woche haben was jetzt wie viele spieltage sind jetzt noch chat 27 ist aber heute da kann noch ein bisschen was passieren ich meine für dinks ist halt acht punkte hinten weg klar osnabrück gewinnt gerade auch mal das ein oder andere spiel aber acht punkte das ist schon hart und immer darauf angewiesen bis dass die vor dir patzen ich mein düsseldorf und rostock haben es gerade vorgemacht aber die werden halt auch noch einige du ligere gegner bekommen glaubt osnabrück ist nicht mehr zu wetten und braunschweig könnte sich in den nächsten drei vier spieltagen komplett da unten raus boxen wenn die da momentum behalten walke wird da wahrscheinlich so vor sich hin trotten hannover hat auch wieder 3 0 gewonnen gegen magdeburg aber da karlsruhe 7 0 gewonnen und heute war dann unentschieden der unterschied wird wahrscheinlich sein schalke spielt in hannover ich bin euch ehrlich ich glaube ich mache drei kreuze dass ich das spiel nicht sehen kann in hannover aktuelle verfassung schalke auswärts schalke spiele werden in osnabrück und zuhause gegen rostock sein ja aber das sind sechs punkte und sechs punkte reichen nicht sage ich ich sag sechs reichen nicht rostock lautern haben auch noch ein schweres restprogramm ja aber vielleicht liegt er doch einfach daran dass ich nicht dass ich dass ich fan von schalke bin und man auf andere anderen vereinen in so einer situation immer mehr zutraut wie seinem eigenen vielleicht liegt er doch einfach daran ich glaube das wird es am ende sein bin gespannt was die woche jetzt passieren wird ob da noch ein paar personalien getroffen werden aber ansonsten das spiel heute ich kann da ich weiß nicht ob das gut ist ob das schlecht ist am ende bin ich wahrscheinlich bei dem punkt ein punkt besser als keiner ich weiß nicht wie ich das spiel einordnen soll gar keine ahnung